7. Juli 2018, für den Gastgeber ist die Weltmeisterschaft beendet. Nach einem dramatischen Viertelfinale unterlag Russland im Elfmeterschießen gegen Kroatien. Die Highlights des Krimis im Video Bitte beachten Sie, in einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden. Empfehlungen zum Video Video 2 Uhr 24 Pravda nach Belgiens Halbfinaleinzug, das war magisch Video 3 Uhr 17 Brasiliens WM aus im Video, so entzauberte Belgien die Selesau Video 1 Uhr 57 Webvideos, Blechschaden und blaue Flecke Video 2 Uhr 41 Die Frau, die vorausgeht, nur ein Bild malen Video 2 Uhr 36 Ein Jahr nach G20, es sind noch nicht alle Missstände behoben Video 2 Uhr 42 Zettelausstellung in Berlin, melde dich, du wirst Vater. Video 0 Uhr 52 Pamplona Mehrere Verletzte bei Stierhatz Video 7 Uhr 8 Ein Jahr nach G20 in Hamburg, zwei große Fragen sind noch nicht geklärt Video 1 Uhr 45 Familientrennung an US Grenze, Mutter und Tochter nach 55 Tagen vereint Video 3 Uhr 30 Die Kinder haben drei Optionen, Höhle in Thailand Video 1 Uhr 20 Marco Fuchs schenkt ihnen 90 Minuten, ich muss ab bitte bei den Russen leisten Video 2 Uhr 24 Pravda nach Belgiens Halbfinaleinzug, das war magisch. Vielen Dank